Ja, spannend in jedem Fall. Wir möchten auch zukünftig unseren Kunden die individuelle Mobilität sichern. Wir beschäftigen uns auch dazu sehr intensiv mit den Mobilitätsbedürftigen der Zukunft und werden dafür attraktive Angebote schnüren. Wir sehen uns als Mobilitätsdienstleister mit attraktiven Lösungen. Alles aus einer Hand. Das wird der Kunde in letzter Konsequenz entscheiden. Aufgabe der Hersteller ist es ein möglichst breites Spektrum an Antriebsformen anzubieten und dabei höchsten Wert auf Effizienz, Umwelt- und Ressourcenschonung zu legen. Elektrofahrzeuge und auch Dieselmodelle werden dabei eine wichtige Rolle spielen. So viel analog und so viel digital wie es sich der Kunde wünscht. Eine zentrale Rolle wird dabei auch zukünftig der örtliche Händler- und Servicebetrieb spielen. Als Partner für alle mobilen Dienstleistungen und Anliegen des Kunden verfügen. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Autogeschäft und vertreten ausgesprochen attraktive Marken. Und das Hand in Hand mit unseren erfolgreichen und loyalen Vertriebs- und Servicepartnern. Dazu kommen eine klare Strategie, Perspektiven, Flexibilität und Geschwindigkeit. Das gesamte Paket aus vielen dieser Faktoren ergibt das Erfolgsrezept, das auch in Zukunft funktionieren wird. Wir hören unseren Kunden zu, wir widmen uns den Themen der Zukunft und haben dafür bereits einen breit angelegten Transformationsprozess eingeleitet.